Can, Zentrum für Gesundheit, Bewegung und Wellness. Wir garantieren mit unserem besonderen Trainingskonzept maximalen Erfolg bei minimalem Zeitaufwand. Wir haben nun seit 2005 spezialisiert auf ein Chipkartengesteuertes Trainingssystem. Das ist diese Chipkarte. Vorteil für Sie als Kunde ist, dass sie 90% der Fehlerquoten ausgeschlossen ist. Warum? Gesamte Sitzpositionen und Bewegungsabläufe werden an der Karte gespeichert und stellt sie also automatisch ein. Sie haben 40% Zeitersparnis, weil Sie kurze Pausen haben. Deshalb haben Sie eine Pausenlänge für 30 Sekunden. Sie haben den Vorteil, dass sich 30% effektiver sind. Warum ist das so? Sie haben zwei Belachstumsformen in einer Maschine drin. Das Gesundheitszentrum Can hat sich seit dem Jahr 2005 darauf spezialisiert, mit wenig Zeitaufwand das Maximal herauszuholen. Warum ist das so? Die häufigste Ausrede vom Kunden ist, ich habe keine Zeit. Und diese Ausrede gilt bei uns nicht mehr. Das sehen Sie selber. Der Kunde hält die Karte hin. Die Sitzposts und Bewegungsabläufe werden alle automatisch eingestellt. Dann drücken wir dring Starten. Wir sehen hier jetzt die Linie. Der Kunde ist der Ball. Was heißt das? Der Kunde muss versuchen, mit dem Ball in der Linie zu bleiben. Momentan haben wir gerade eine Pause für 30 Sekunden. Sobald die Linie anfängt, hat der Kunde das Gerät zu bewegen. Sie sehen hier rechts, sehen Sie die Gewichtsanzeige. Was bedeutet das? 39 Kilo ist die konzentrische Belastung und 56 Kilo ist die exzentrische Belastung. Exzentrische Belastung heißt, was Sie mir gegenhalten müssen. Durch diese exzentrische Belastung sind wir schneller und effektiver wie andere Studios, weil wir zwei Bewegungsabverfolgen in einem Gerät haben. Hier sehen Sie jetzt die Straße. Das heißt, der Kunde zieht und versucht mit dem Ball in dieser Straße nicht zu bleiben. Er muss wieder bremsen. Vorurteil ist das, dass der Kunde nichts mehr falsch machen kann. Jeder trainiert, schön konzentriert. Das ist wie ein Computerspiel. Rechts oben sehen Sie die Wiederholungsanzahl und das Gewicht. Hier sehen wir, Wiederholung 3 und Gewicht. So, versuche wieder mit dem Ball in der Straße zu bleiben. Ausatmen, bremsen, einatmen, zurückziehen, ausatmen, bremsen und einatmen. Unten sehen Sie die Belastungsdauer, wie viele Sekunden es noch geht. Der Vorteil für den Kunden ist einfach klare Vorgaben, weil es genau was zu machen hat und hat auch die Möglichkeit, die gesamte Auswertung sich selber im Internet anzuschauen. Jetzt wird die Straße gerade, das heißt Pause. Drücke über Beenden. Die gesamten Daten sind gespeichert. Ich sehe auch, was ich habe gemacht. Karte weg, aufs nächste Gerät, wieder durchstarten. Das Ziel vom Gesundheitszentrum Can war immer den maximalen Erfolg mit minimalem Zeitaufwand. Was heißt das? Sie haben bei uns den Vorteil, mit dem Chipkartentraining, diese 2x20 Minuten ist gleich viel. Das bedeutet, Sie machen in 40 Minuten ein effektives Training. Beim Herkömmeltraining mit normalen Geräten bräuchten Sie für diese Zeit 90 Minuten. 2x20 Minuten fit. CERN. Zentrum für Gesundheit, Bewegung und Wellness. Jetzt hoffen wir dieses Licht. 9. Ziel Zukunft ist. Bis dann können wir uns das Missioniness verhalten. ZcomedBye weit schgenrando hier. i, du solltest. 10 Minuten Redaktion. Fahrzeug weiterhäten. chicken runformelsoh. Jess 5 Minuten. Vielen Dank.